EG, EG easy. Da ist einer hinter der Wande irgendwo. Das ist ein Silberfisch. Plug den kaputt, Marco. Und ich, ich schlag ihn an. Ich schlag dich auch gleich mit oder der weiß. Alter, was ist das hier für ein investiertes Land? Wir sind in den Extreme Hills, Leute. Da ist noch einer. Warte mal, vielleicht kriege ich's ja mal kurz hin. Ey, Eisen. Klau. Ich hör einen Silberfisch, ich krieg hier gerade einen Krim. Dann machen wir einfach mal Fensteraufnahme 3. Und wo haben wir's denn? Marco soll ich's gut sein lassen? Ich hab's ja das Gefühl, das führt zu nix. Ich glaub auch, das gibt keinen. Ich glaub, das muss gut sein. Ihr seht grad schön, warte mal, ich zoome mal ein bisschen näher ran. Äh, ja, ist okay. Ist okay. So. Was sehen Sie denn schönes? Die sehen jetzt grad dein Chat. Ist mir grad egal, dass man hier noch, hier auf Froschi seinen Stream. Da oben habt ihr so noch schon die Adresse. Äh, ja, genau. Müsst du nur, oder, oder? Ja, da oben, da oben. Da oben. Ja, oder? Da oben steht's ja. Da. So, äh, auf jeden Fall. Ja, wir haben hier eben halt einen schönen Spot-System. Froschi hat da eben halt in seinem Twitch-Chat was Schönes gemacht. Uhhh. Und da kann man eben halt nebenbei spielen, wie man uns bei Minecraft-Spielen zuguckt. Höh. So. Danke. Marco, ich hab immer drei Stapel Fuckin dabei. Ich hab keine Kohle. Ich weiß nämlich, dass welche zugucken, ohne dass die, äh, die Streams zugucken. Ja, für die ist dann der Raubzug in der Tat eine interessante Information zu haben. Hm, genau. Ne, hier ist es langweilig. Schreibt erstmal. Hast du noch den Stream-Chat? Oder bist du schon wieder weggeschalten? Ja, ich hab schon wieder weggeschalten. Also, da war so ein bisschen zu spät dran, die Kleine. Hallo, Aufnahme. Zu spät. Alle so spät dran, alle. Wir haben nur den Chat und dann so 10 Minuten später. Jo. Sup. Marco, das Wasser ist Absicht. Bitte mach's nicht weg, ich schwör's zu Gott. Ich würde dich legit umbringen. Vielleicht kommt Olli und macht's Wasser weg. Ne, ne. Ich bin hier grad selber am Bauen. Wolltest du auf falscher Höhe so nochmal Diamanten? 11. Also, 11 ist am besten zu graben. Ich glaub, 16 noch einen Platz. Ah, ja. Aufnahme, einfach nur noch einen Nerven. Oh Gott, ich bin jetzt bei 30. Ich bin ja noch... Ich dachte am Anfang erstmal schreibt sowas wie Hallo Zukunft erstmal. Wär auch gut gewesen. Wäre gewesen. Wurden sein. ja, ich hab' ein Biergarten draus, alter. Biergarten Ich find das lustig, da schwemms grad bei Markusa äh, Lift unten die ganze sch***s Minecarts raus. Ich will gar nicht wissen, wie das von außen aussieht High-Aufnahme, sorry, ich esse gerade Natürlich würdest du es wegmachen, erstmal das Wasser, natürlich Wäre ja auch enttäuscht, wenn du es nicht tun würdest Warte, Frosch, ich komme Nein, hör auf Warte, es mal, nicht dich Ich will irgendwie ein Glasdach machen, aber man kann keine Glas Stairs machen War noch nicht Oder Glas Slaps Wie mache ich mein Dach hier Oh, ich habe eine Idee Hast du das? Das ist chill Ja, kannst du das? Ich bin so froh, dass Marco den Chat nicht lesen kann, Olli, nein Warum? Okay, ich höre mal auf, Froschi Das ist erstmal was anderes Ich meine, ich stehe drauf, aber trotzdem ist das erstmal was anderes Nein Das steht glaube ich auch jemand auf Das rastet deine Freundin zu Hause Dome blockiert sie Dome blockiert sie Wie Dome blockiert sie War bei Twitter Hey Marco, kann es sein, dass Cati einen neuen Twitter accountet? Ja Weil mir hat letztens hier gefolgt und ich habe mir so gedacht so Das Bild sieht zwar nicht aus wie die anderen Bilder von Cati, aber der Name kommt mir seltsam bekannt vor Ist das Cati Maus oder was? Nein Der hat ja hier einen vollen Namen bei Twitter, wieso auch immer Wo seid ihr eigentlich gerade? Seid immer noch bei Marco oder was? Warte mal, ich Marco baue Pfff Ich bade gerade irgendwo glaube ich was ab und ich bin halt jetzt gerade im Schacht und mache hier Ich mache hier Zeug Okay Bei Marco im Schacht oder bei uns? Bei uns Keine Angst, ich mache schon nicht das Wasser weg, ich bin hier gerade am Schafeschirm Aha Struggle increases Panik Normal hingeguckt, dass das warst du jetzt noch da Das Moment, wenn Panikattacke Sag mal, kann mal jemand schauen, ob da nicht die ganze Scheiße Minecarts irgendwo durch die Gegend gucken? Ich brauche die nachher wieder Weil die fließen hier gerade alle einfach aus dem Scheiß Schacht raus, oder? Alter, was ist denn das für mega Schafe? Ich habe gerade alle geschert Pfff Wird doch Wolle Ey die sind sehr produktiv Mein produktiver ist du Pfff Nö LOL Ich komme hier runter Und das erste ist hier erstmal ein fetter Gang der bei mir hier endet Recht unter meinem Berg Und was meinst du mit Gang? Das ist toll Marco Ja Die hat schon einer bei mir unter dem Berg lang gebohrt Der Kabit Was ist denn sonst? Der Spacken der gerade essen ist Arschkrampe Ja Ich bin 12 Hier will ich nicht haben Ja Auf links und nach rechts Auf links und nach rechts Ich finde das gut wie die ganze Scheißen Minecarts hier draußen auch so einen riesen Haufen bilden Wieso Minecarts hast du denn Flor? Ja Ich habe irgendwo so 10 gemacht für Marco und dann hast du noch 2 gemacht von deinem Zeugs also Okay Ein paar Ein paar Ehhh Ehhh 5 6 7 8 9 10 8 9 10 ne in der Tat 12 habe ich 2 hatte ich schon Ich habe jetzt gerade schon wieder dunkel Du warst gerade schon wieder dunkel Ja ich bin gerade schon wieder dunkel Ja du auch gerade Ja du auch gerade Ja du auch gerade Ja du auch gerade Sehr nett von dir Schatz ne Sehr nett von dir Schatz ne Hehehehe Wie sag ich dir? Auf zuz Auf zuz Auf zuz Reicht Mensch Esmaa Pfff Duz Hey Hey Marco Hm? Morgen Ich weiß nicht mal wo Flo ist Esmaa 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 Hast du sie jetzt nicht irgendwie beleidigt oder Hast du nicht so Ah fuck Ich bin ein Idiot Tja Flo siehste mal Ja Hey Marco kann ich meine Axt wieder haben dich dir irgendwann mal gegeben hab Flo hat keine Axt mehr Wichtig Silberfisch Marco fickt Wird gefickt was Marco fickt Silberfische Was Marco Silberfisch Fickfische Krieg ich meine Axt Was Das ist ne Spitzhacke Ich baue ne Axt Achso Hier Rausch Hast du schon Danke Bitte Tschüss Danke dass ich mein Eigentum wieder haben darf Unglaublich Flo Man braucht für eine Wolle Einmal Farbe Mach doch nicht für eine Farbe einmal Wolle Mach doch nicht für eine Farbe einmal Wolle Guten Tag Halt's Maul Juden Alles klar Was 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 für den Eingewald Sch Ja Ja Schatz Du hast denn eigentlich aufgepasst Und hat's geschmeckt Cabellino Ohja Das war Vorzüglich Also hast du nen Vorzug bekommen Das ist schön Ich mag auch Züge Mein Vater kann einfach kochen Ich dachte Gerade hab ich soo Ich dachte da schreit kein Kind oder sowas Ich hab mir gedacht das ist wie so ne schreiende Ziege aus den Youtube Videos Na ich dachte zuerst irgendwie meine Schmerzen mit ihren Kinderwörtern Du willst mich doch jetzt verarschen mein Kraft wirklich Ja Ja Dann fick dich doch Äh nur mal so in 8 Minuten müssen wir einen kleinen Aufnahmestopp machen Das ist schön Das ist schön Froschi Das freut mich Und war das gestern Gestern Das freut mich Ey mach mal wieder Videos Ja erstmal Wird schon passiert Triggert Wer soll Videos machen Ne Du Ich mach doch täglich Videos Ah Nein Doch bei mir kommt jeden Tag ein Video Ach so ist das Ja Aha Und demnächst werden wir doch ein paar mehr kommen Dadurch dass ich heute meine Capture Cord bekommen hab Und Minecraft Erzählen sie mehr Und Minecraft Ne So blöd wie es klingt Es wird ein Ein Minecraft Klon Projekt kommen Oh neee Ah Ah Was wird Tom Ja Dragon Quest Builders Nein das ist kein Minecraft Klon Nah mate Es ist aber so ähnlich Ja Aber nicht nur weil es ein Ding ist Es ist kein Klon Nur weil es ein Sandbox Game ist es nicht kein Sandbox Das ist nicht automatisch an Minecraft gebunden Nein ich will auch nicht sagen es hat Ähnlichkeit mit Minecraft Das meine ich damit Das war verarschlich Oli Ja ja Wie wurde eine Post niemandem gefällt Was ist wirklich Ja gut Ich meine Vielleicht Ich krieg aber zur Zeit wieder täglich Abonnenten dazu Na da hast du aber Kannst du aber froh sein Ich hab schon wieder zwei verloren Seitdem ich aufgerade Videos zu machen für eine Pause Was ich ihnen voll nicht übernehme Weil aktuell keine Videos kommen Weil ich Pause mache Warum hast du Schluck ab? Vielleicht hat sie was geschluckt Ich freu dich aber nicht Dass du dann wirklich irgendwann wie Toren wirst Mit wer? Wie Toren Dass du sagst ich will keine Videos mehr machen Sondern nur noch Stream Ne du Auf Stream läuft sowieso nicht Warum nicht? Ich weiß Du hast doch in einem Stream mehr Cash als der mit Youtube in einem Jahr Ja das sagst du einfach so Aber es ist weit einfacher wenn ich mal eine fette Youtube Audience aufbaue Und dann die auf Twitch verschiebe Weil wenn du auf Youtube eine kleine Audience hast Dann hast du auf Twitch die gigantische Da musst du nur schauen wenn so ein scheiß Youtuber mit Weiß nicht 500.000 der macht einen Stream ja Und hat 6000 Zuschauer Du denkst dir so What? Holy fuck What? What the fuck? Ich verstehe jetzt nicht was darin Holy fuck ist Na ja 6000 Zuschauer bei Twitch Ist eine Arschladung Cash Ja 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 Das meine ich ja Und 6 6000 Views bei Youtube sind 6 Euro Ich sag euch Ich freu ich ihn mach den Stream und schreib drauf Das wird ein Werbestream und hat noch 5000 Zuschauer Das wird ein Werbestream und hat noch 5000 Zuschauer Das wird ein Werbestream und hat noch 5000 Zuschauer Ähm In welche Richtung muss ich überhaupt laufen? Ähm Siehst du nicht von deinem Haus aus dieses äh Gebaute aus äh Steinshegel? Markus sieht gar nichts Markus ist blind Ja Siehst du nicht Capit Namen? Irgendwo? Ja Falsches Holz Welche Richtung? Oli Na Lol Ich hab F3 als Mute-Taste gelegt Fuck was Ich kann's sagen Der war auch auf immer weg Das Moment wenn Capit die Mute-Taste auf F3 legt Good job mate Ich bin bei 287 und minus 469 Ah Guck mal ich kann direkt auf den Haus gucken Was ist das denn bitte für ein Loch da hinten? Warum ist da einfach so in der Landschaft fettes Loch? Oh Hat man Jesse da gerade schreien In der Folge repariert oder? Mein Quarry Ja dein Quarryloch das hab ich geschlossen Da hängt nur noch eine Leiter raus Der jetzt oder? In den Folgen die wir verloren haben Also Ich hab das auch so nochmal geschlossen Hier hängt nur noch die Leiter raus Da Nein Doch Nein Was macht die Cartier? Hier ist so ein fettes Loch Da unten sind sogar Bäume Mal gucken ob ich überlebe wenn ich auf dem Land werde Oh das Loch Ja das ist der Chunk aber Was ist das meiner? Echt? Ich komm nicht mehr an meine Sachen Also ich helf dir Marco Marco du brauchst nen Bucket Wasser ja Äh ja schön He 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 Oder da unten ist auch Wasser wenn du es schaffst rein zu strafen Unten an den Wänden Ja Leute wie ineffizient ich bearbeitet hab diese Folge Oh geil Diese Folgen sogar WUH Sagst du denn voll geil also du ja weißt wieviel Folgen waren wo Ja ich bin ins Wasser reingestraft so wie Froschis gesagt hat Oli ist nicht mein G-Pro Jo Der kann das Lecker easy Und wie kommt ihr wieder raus? Das ist das nächste Problem Habt ihr nen Bucket dabei? Natürlich nicht okay Ich hab Erde Wir haben Holz Warte wo sind die? Ähm Da der Erde Ja wo? Holz Alter Ich weiß ich bin sehr hilfreich Marco baut erst mal die Kohle ab Wichtige Dinge zuerst ja Okay ich wollte es ja nicht sagen aber Der Bunker hat jetzt einen MG Schützen So ich bin draußen Du brauchst den Turm einfach bloß oder abbauen dann kannst du da auch hochgehen Aha Ja Brauchst ne Schaufel? Nein das Wasser drückt mich immer weg Scheiße Ich hab vergessen eine Leiter zu platzieren Ich werde einfach das Minecraft runter so Ciao Wir sehen uns Irgendwann Das Loch die müssten wir aber auch wirklich mal schließen Ich denk mir nur so Oh was ist das denn? Oh 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 Das ist aber ganz schön tief Erstmal Schokolade? Halt die erstmal isst Schokolade Sie isst auch Schokolade Das ist für sich Was? Ist sie schwarz? What? Alarm 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 Wow Eiskalt Marco der nimmt sich kein Blatt beim Mund Der denkt sich irgendeinen Scheiß und sagt es einfach Oh Ich dachte macht man das jetzt Hi Dann was macht Marco da? Oh Hey haben wir eigentlich einen Raubzug gerade am laufen? Ja Ja ok Weil der hat noch nicht den Raubzug Ne weil du hast schon gesagt es sind 10 Minuten ne? Ja 10 Minuten Ja genau da gehe ich jetzt nämlich pennen und stoppe dann nehme ich die Aufnahme weil wir haben jetzt nämlich eine Stunde Ich habe die Wurst ungefähr 20 Minuten essen Jawoll Marco woraus machen wir die Stiegen in deiner Hütte? Messing Oh Ähm Messing Vollmilch Vollmilch So ich stoppe jetzt erstmal die Aufnahme Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü